Guten Tag. Guten Tag. Hallo, Bubi. Ich nehme an, Sie sind Herr Blum. Ja, der bin ich. Ich bin Michaela Martin. Die Frau vom Tierarzt? Ja. Danke, dass Sie mir Bubi gebracht haben. Ich hätte ihn sonst heute Abend geholt. Dass Sie wissen, wo der Hund war, nehme ich auch an. Dass Sie wissen, dass Sie Vater eines gesunden Jungen geworden sind. Ja, man hat mich an meinem Arbeitsplatz verständigt. Gratuliere. Danke. Waren Sie schon bei Ihrer Frau? Nein, noch nicht. Aber ich werde mich dann gleich auf die Socken machen und ihr ein paar Klamotten bringen und was man für das Kind so braucht. Freuen Sie sich denn nicht? Doch, doch, natürlich. Wiedersehen. Und vielen Dank noch.